Ich glaube, wir haben sehr großen Respekt für Dortmund. Es ist eine Klasse Mannschaft. Wir haben elf Klasse spielen am Platz und sechs, sieben auf am Bank. Und wir haben große Möglichkeiten für taktische Änderungen auch. Und ich denke, dass wir eine sehr gute Leistung machen müssen, weil wir Punkte holen. Aber das ist möglich und wir müssen Vertrauen haben. Wir wissen, dass wir einen großen Matchwinner am Platz haben. Und dass er immer mit einer Aktion ein Tor schießen oder einen Assisten machen kann. Ich kann nicht verstehen, warum er diese Sperre hat. Und ich denke, dass es für die Zukunft ist. Es ist sehr, sehr schwierig für die nächsten Spieler, wenn du so viele Leute, Schiedsrichter, alle haben das Gleiche gesagt. Und dann ist es eine Sperre. Dann ist es schwierig für die nächsten Spieler, die in diese Situation kommen. Und das ist nicht gut für deutscher Fußball. Ja, es ist ein Kampf zwischen Dortmund und Bayern. Und ich denke, dass das interne Spiel in Dortmund sehr wichtig ist für beide. Es ist nicht vorbei, aber im Moment sind es fünf Punkte. Und da musst du sagen, auf dass Dortmund die Favorit ist.